Bei Let's Dance könnte bald ein neuer Wind wehen. Lassen Joachim Jambi und Viktoria Swarovski anderen den Vortritt? Am 24. Mai ist es wieder soweit. Dann wird der neue Sieger der 17. Staffel von Let's Dance gekürt. Höchste Zeit, um sich über die Zukunft Gedanken zu machen. Das gilt sowohl für Chef-Juror Joachim Jambi, 59, als auch für Kristall Erbin und Moderatorin Viktoria Swarovski, 30. Viktoria Swarovski, Anfrehendungen und Familienplanung Gerade Viktoria Swarovski erlebt seit ihrem Moderationsdebüt 2018 immer wieder schlimme Anfeindungen im Netz. Sie sei viel zu dünn, affektiert und zu nackig. So klingt das. War mal eine hübsche Frau. Jetzt nur noch Hungerhaken und auch kein stilvolles Styling. Ihre Moderation sei ebenfalls zum Fremdschämen, sodass sich die meisten Zuschauer sogar Sylvie Mais, 46, zurückwünschen. Der Hass trifft die Kristallerbin sehr und schmerzt auch ihren Partner, Red Bull-Milliardär Mark Mateschitz, 32, der seine Wiki immer unterstützt. Gemeinsam bauen sie sich gerade ein neues Leben auf, mit Hochzeit und eigener Familie? Bereits vor Jahren sagte die Österreicherin, ich kann mir sehr gut vorstellen, spätestens mit 30 Mutter zu sein. Zum Auftakt der aktuellen Staffel begrüßte sie gleich drei Profitänzerinnen mit dicken Babykugeln. Da wird man gerne gleich schwanger, wenn man euch sieht, meinte sie. Als hätte bei dem Anblick auch die Moderatorin das Babyfieber gepackt. Der Grund, um nach sechs Jahren die Show zu verlassen? Joachim Jambi. Wird er den Juriesessel freigeben? Das fragt sich auch ein anderer. Seit Staffel 1 sitzt Chefjuror Joachim Jambi fest auf seinem Juriesessel. In der aktuellen Staffel ist er aber fieser, denn je und brachte sogar eine Teilnehmerin mit seiner Beurteilung zum Weinen. An den Tanzkünsten von Motorrad-Influencerin Ann-Kathrin Wendigsen, 24, ließ der Jury-Motzer in der sechsten Live-Show kein gutes Haar. Mir fehlt die Selbstständigkeit. Du musst einfach selbst performen. Du warst viel zu oft an der Hand von deinem Tanzpartner. Die Influencerin schluchzte. Ich will nicht mehr. Lammfromm ist Jambi nur bei seinen Lieblings-Profi-Tänzerinnen, wie Ekaterina Leonowa, 37, die schon einigen Kandidaten den Kopf verdrehte. Vielleicht auch dem Chefjuroren? Bei ihrer Rumba mit Choreograf Detlef D. Soest, 53, schwärmte der sonst so strenge Experte. Das war Sex pur, Leute. So muss Rumba sein. Drin und nicht dran. Er zückte sogar die Zehn-Punkte-Kelle. Ob das seine Ehefrau Ilona, 50, gerne hört? Bereits 2018 kam es zur kurzzeitigen Trennung des Ehepaares. Nach 18 Jahren bei Let's Dance will sie ihren Mann vielleicht nur für sich haben. Er soll dauerhaft nach Mallorca ziehen, nicht mehr nach Köln pendeln. Zweisamkeit, Grillen und Golfspielen unter der spanischen Sonne. Scheint so, als wenn auch Jambis Zeit bei Let's Dance abgelaufen ist. Wir sind heute mit den Hörnrisch. Wir sind heute mit dem Hörnrisch. Wir sind heute mit dem Hörnrisch. Meist ist heute mit dem Hörnrisch. Vielen Dank.